moin schön dass sie wieder eingeschaltet hat bei klemm bausteine klemm heute mal wieder mit einem diamond block set von der firma lesi und ihr könnt schon erkennen der schiefe turm von pisa das hat die nummer lz 8043 vom schwierigkeitsgrad die haben das ja mal angegeben von sechs schwierigkeitsstufen ist bei vier eingestuft der meinung oder die meinung würde ich jetzt teilen ja das ganze ist über 30 zentimeter groß und die platte ist 20 mal 20 also 20 zentimeter hier vorne 20 zentimeter in der tiefe und wie gesagt das ist jetzt 34 zentimeter hoch mit der fahne die ihr dort seht insgesamt also schon ganz schönes projekt das ganze 2148 teile ja altersfreigabe ist 6 plus das ist ja immer so eine sache mit den altersfreigaben aber 6 plus würde ich jetzt eher nicht sagen da doch die eine oder andere stelle ist wo es ein bisschen hakelt und so weiter also schon eher für erwachsene würde ich sagen architektur set ja was wir dabei haben ist einmal so ein brauchbarer kann man das sehen ist natürlich wieder wie gesagt keine lego steine sind damit blocks dementsprechend kleiner ich sag es ja immer so etwa ein viertel von so einem lego stein dementsprechend und ja da so ein teile trenner wir haben jede menge teile wieder hier in der tüte die übrig sind ich finde die farbe 10 finde ich sehr gut wir haben hier auch ein teil das kann ich bisher noch nicht ich hole den turm gleich näher ran können wir uns das mal aus der nähe anschauen das ist so ein zaunelement das ist hier oben so drauf wie gesagt ich zeige es euch gleich aus der nähe das ist neu für mich ja wie gesagt jede menge teile das ist die anleitung ja ich war erst am überlegen ob jetzt 10 die richtige farbe für den turm ist weil ich bin eigentlich auch sonst eher in der richtung ja weiß von wangi gibt es den ja auch dementsprechend der es weiß wenn jetzt natürlich hier das original sieht man kann das einigermaßen erkennen durch diese verwaschung und so weiter und die witterung dass der turm ausgesetzt ist oder war ja wirkt das ganze doch eher schon ein bisschen beige insofern ja scheinen sich jetzt so ein bisschen die geister ich finde es aber gar nicht schlecht im nachhinein also dass sie die farbe gewählt haben das ganze hat 37 bauschritte dann seid ihr mit dem ding durch man kennt das von den diamond blocks es passiert immer sehr viel von der von den bauschritten her ich gehe gleich noch mal eben auf zwei sachen ein ihr habt natürlich auch hier das finde ich ganz gut am ende eine teile liste und das schöne ist wir haben eine base plate wenn wir uns erinnern an das video was ich gemacht habe von der harvard universität da waren das viele und zwar waren das diese hier jemand dass das die größe war die zusammen gesteckt wurden also vier von denen ergibt eben so eine große plate und dadurch dass ja man die eben dann überfließt dass die zusammenhängt sind stellen die sich sehr weit hoch das haben wir hier auch aber nicht ganz so dramatisch ich meine nur ist es auch nicht ganz überfließt muss man sagen aber nicht ganz so dramatisch als wenn man jetzt wie gesagt vier einzelplatten hätte also das haben die schon ganz gut gelöst vielleicht nehme ich euch den turm gleich mal ab dann können wir uns das mal angucken also wie gesagt das grüne ist eine komplette platte 20 mal 20 und hätte ich bei der harvard universität auch gerne gehabt muss ich sagen leider ich habe mich schon erkundigt oder recherchiert es gibt die noch nicht einzeln zu kaufen ich habe da schon mal hingeschrieben und ja ich weiß nicht ob da jetzt jemand darauf reagiert oder oder wie auch immer aber es wäre wünschenswert wenn es die platten eben auch einzeln geben würde und ich bin ja sonst ein fan wie gesagt von anderen herstellern weil die richtig eine dickere platte haben auflage haben die eben anders verstärkt sind da tut sich gar nichts also wir reden da ja von balodi in der regel die haben die besseren ich habe jetzt auch ein set bekommen pzx diamond blocks die firma die haben das ähnlich wie bei lodi die haben auch so dickere grundplatten da habe ich gerade die notre dame bekommen stelle ich euch natürlich auch noch vor das sind aber fast 8000 teile dann müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden aber ihr könnt euch darauf freuen das sieht alles schon sehr gut aus ja teile liste genau hatten wir ja so beginnt man dass man hier den ring baut im ersten schritt der wird auch gleich überbaut so dass man gleich eine richtung rein bekommt diese winkel oder dass es eben diesen kreis ergibt haben die durch diese kreis 4er plates habe ich jetzt mal so genannt also diese diese runden da habt ihr seht wovon ich rede damit kriegen wir den winkel hin finde ich ganz nett hätte ich so auch nicht vor allem ist dann auch noch beweglich im grunde dann muss man natürlich dazu sagen baut ihr immer das gleiche der erste ring ist erstmal noch anders der ist höher der ist anders aufgebaut ist aber ja auch beim original seht ihr hier auch so und dann kommen dort fünf ringe oben drauf 1 2 3 4 5 6 ringe oben drauf und ja wie gesagt die sind immer gleich das ist natürlich so ein bisschen monoton das ganze wenn man das mal raus hat da braucht man die anleitung im prinzip nicht mehr man baut das einfach weiter hoch interessant wird es denn erst wieder nachher wenn ihr diese plattform erreicht die wir nämlich hier gebaut und ihr seht auch dort sind ganz viele verschiedene teile auch kleinteile die dort mit verbaut werden und das war auch gar nicht so einfach also sich das erstmal alles so hinzulegen muss auch genau hingucken man kann hier teilweise auch diese linien unterbrechung schlecht erkennen das heißt man muss da schon genau gucken welches teiler gerade gefordert wird ja aber ansonsten ja gar nicht gar nicht schlecht gemacht schließt oben gut ab wie gesagt ich fahre gleich mit der kamera einmal drüber ja aber das ist eher so eine stelle sag ich jetzt mal wo dies überbaut wurde weil das schon relativ große fläche ist ja das ist so der schwierigste part würde ich sagen in dem moment und dann kommt ja noch diese dieses kleine türmchen oder wie auch immer kommt ja noch eben dann nach oben drauf da wird auch nachher wieder eine plattform drauf gesetzt genau das ist dann einfacher das sind nicht mehr so viele verschiedene teile schnell zu erkennen schnell umzusetzen ähm und dann ist es noch auch schon fertig äh alles gut erklärt also ihr seht hier wir haben hier immer die die teile angaben was für teile man eben benötigt und welche menge und ihr seht dann auch schon immer ach ja hier das ist übrigens könnt ihr hier schon mal sehen dieses zaunelement das kannte ich jetzt bei den diamondblocks noch nicht das war für mich neu das teil ähm finde ich ganz nett äh genau ja dann ist natürlich alles andere ausgegraut wie man das von lesi kennt also die die anleitung sind einwandfrei also das können die besser als baloni klarer fall so dass jeder irgendwie seine seine stärken und schwächen und warum steht das ding nachher schief das sieht man hier ähm weil da drunter werden dann eben noch eine reihe plates gesetzt und zum schluss also baut man dann erst die platte oder bebaut die platte und man kann es hier erkennen da wird angefangen eine stütze zu bauen so das heißt am ende des tages wird an diesem stein das einmal fest geklemmt und hier läuft dann eine stütze hoch dass er hier hinten halt findet ne also das hat nicht nur da jetzt unten einmal fest geklemmt wird sondern ähm da eben auch noch eine stütze drin ist also von der verarbeitung top da haben wir noch so ein paar nette nett gemachte lampen dabei die finde ich auch gut ja den zaun finde ich jetzt nicht so gut ich habe ihn jetzt einfach dran gelassen ich glaube ich werde ihn danach abnehmen ähm bei dem set da gibt es schöneres finde ich äh ja ich glaube es sieht besser aus wenn der zaun einfach weg ist aber um der ja um des set willens eben wollte ich das euch jetzt einmal zumindest gezeigt haben ähm ja also wie gesagt vom bauern her hat es so einen spaß gemacht außer dass es eher ein bisschen monoton war diese diese stockwerke da zu machen ähm das ergebnis entschädigt finde ich ich finde auch in ten sieht das teil gut aus ähm ja mehr gibt es da eigentlich nicht zu zu sagen so wartet mal eben ich versuche jetzt mal einen so mit der kamera hier ein bisschen rumfahren so ja das ist das eine teil mit dem mit dem eingang äh letztendlich hier seht ihr die laternen also wie gesagt ganz gut gemacht ne hier so ein weg eben hingefließt ja und dann die anderen sechs stockwerke drauf gesetzt hier seht ihr noch mal die zaunelemente hier oben die plattform mit den zaunelementen also im großen ganzen ganz nett gemacht ne äh den zaun ja wie gesagt äh ich finde ihn nicht gut ich äh nehme den danach wieder weg so hier seht ihr jetzt da diese eine äh plate da wird es eben zusammen gesteckt gesteckt einmal in die plattform mehr ist das nicht und äh wie gesagt ihr seht es hier das ist eine durchgehende platte also es wölbt sich etwas es wölbt sich etwas aber wie gesagt es ist nicht so schlimm ähm ja als wenn das jetzt einzelplatten wären also das ist für mich schon in ordnung wie gesagt äh ihr werdet noch ähm über der firma pcx hatte ich schon gesehen also wo ich die verpackung geöffnet habe also das ist schon eine richtig tolle plattform äh die da drunter ist wird auch sogar mit technik stiften zusammengehalten ähm das ist ganz cool ja die bäume an sich auch ganz nett ne dass da ein bisschen was als deko drum zu ist das ist in ordnung so und jetzt muss ich euch zeigen warte mal eben hab ich das jetzt nicht jawohl das ging ja easy so so und ihr könnt hier jetzt schon erkennen der steht immer noch etwas schief nicht so schlimm wie vorher aber das liegt eben darum dass er hier eben noch ein paar platten drunter hat da kann man das einmal hier erkennen ne da ist sie nicht drunter da ist sie drunter so und dann sind wir hier wieder bei unserer plattform und da seht ihr auch das ist die stütze also da kann ich jetzt anbrennen das ist auch stabil das kann man auch tragen das ganze ähm gar kein thema und jetzt ja jetzt sieht man mit dem Zaun das noch besser ne ihr könnt mir aber auch eure Meinung dazu sagen aber ja ich finde den jetzt nicht die toll also ich wie gesagt ich werde den wegnehmen für mich hat das keinen sinn ähm das zu machen ja ähm ja die stütze eben auch ganz stabil und wie gesagt das beste was ich finde ist dass es mal eine durchgehende große platte ist ähm das finde ich großartig ne eine große baseplate ne richtig gut gemacht aber wie gesagt zu dünn die müsste dicker sein was die hier schon besser gemacht haben ist hier diese ganzen Verstrebungen hier drunter wobei ich hätte hier äh schräg nochmal so ein paar äh ja Verstrebungen rein gemacht damit sich das ganze noch mehr versteift oder so ein paar äh ja wie soll ich sagen x linien rein gezogen ne dann dann brennt da nicht mehr viel an dann kann das auch ruhig so schmal sein das Teil ähm ja aber so biecht es sich noch ein bisschen durch wie gesagt es ist schon mal ein Fortschritt ähm zu dem was man so kennt und was wie die sich sonst hoch schaukeln ähm ja aber ich merke schon wie das Video wird wieder zu lang ne ich quatsche schon wieder rum ähm ja insofern alles zu dem Thema gesagt äh ja eine Sache äh das im Titel habe ich es ja auch stehen ähm ja äh jetzt dieser Turm oder der schiefe Turm von Pisa oder doch Kolosseum ähm so von innen ne hohl ganz klar ja warum warum habe ich das geschrieben und zwar ähm ich glaube das ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee ähm dass man ähm diese ähm ich fahre euch mal wieder eben hier rein ähm in die Halterung ähm ich glaube es ist gar nicht verkehrt da drüber nachzudenken ob man da nicht tatsächlich ähm ähm äh äh Kolosseum draus baut ähm und zwar finde ich das gar nicht schlecht ähm ähm wie diese Bauschritte und dieses man kann also diese dieser Kreis wie gesagt das ganze ist beweglich man kann das oval bauen man kann das noch größer bauen und ähm man bräuchte für das Kolosseum ja eben drei Tore noch eine Stufe oben drauf ohne Tore und äh wenn man jetzt eben zwei Sets hat und die nebeneinander setzt die Platten könnte man da wirklich ein Kolosseum draus bauen Ten würde auch passen die Farbe vielleicht ist es noch ein Projekt was ich machen werde also äh sagt mir eure Meinung dazu weil die Bauschritte sind letztendlich die gleichen das ist also ich bin jetzt nicht so der große äh Künstler Erfinder oder oder äh Bauprofi aber das würde ich mir zutrauen ne also da ist durchaus Bewegung drin oder genug Bewegung drin um da eben so ein Kolosseum draus bauen zu können aus zwei Sets generell und ähm ja wie gesagt schreibt es mir in die Kommentare ähm ich glaube ich werde das nochmal ich habe vorhin natürlich noch ein paar andere Projekte aber das nehme ich vielleicht mal in Angriff weil aus Diamond Blocks gibt es noch kein Kolosseum ähm ja vielleicht bin ich ja der Erste der sowas auf die Beine stellt ähm vielleicht wird es ja dann auch so produziert ja okay äh Wunschgedanken ne nein aber das möchte ich gerne mal probieren das ist mir so durch den Kopf geschossen irgendwie ähm während des Bauens weil wie gesagt dieser Winkel ähm den Kreis jetzt ergibt der ist nicht vorgegeben ähm da ist also durchaus Luft äh dass man das Ganze oval bauen kann größer ziehen kann wie gesagt über zwei Platten nun ist das eben 40 breit und äh das ähm würde ich gerne mal probieren ja nun habe ich aber schon wieder zu viel gequatscht jetzt haben wir hier 20 Minuten äh schon wieder umfasst also vielen vielen Dank fürs äh ach ja ich möchte mich auch noch bedanken im Moment äh äh wo ich jetzt zu dem Zeitpunkt das Video aufgenommen habe äh äh zwölf äh Abonnenten also vielen vielen Dank dafür das zeigt mir äh äh dass ihr durchaus Interesse an den Videos habt dass ihr mehr sehen wollt ähm ähm das werde ich auch machen deswegen auch an die Neuen oder die mich noch nicht abonniert haben macht es gerne zeigt mir dass ihr noch mehr sehen wollt das hilft mir und ähm ja wie gesagt vielen vielen Dank und ich wünsche euch eine gute Zeit bleibt gesund bis dahin Ciao Ciao